Ja, ich bin sehr entschuldig. Es dauert sehr, sehr lange, bis zum Mittagessen. Es ist nur sehr, sehr lange. Das ist die letzte Frau in Italien. Tschüss, tschüss. Ich liebe deutsche Sprache, deshalb bin ich aus Korea direkt hierher gekommen. Besonders ich liebe Vor- und Nachsirben. Irgendwann habe ich angefangen, sofort Deutsch zu schreiben, und dann Gedichte geschrieben, und dann dachte ich, wenn ich den Mund schreibe, kann auch jeder andere. Die Mutter war das Thema des diesjährigen Schreibwettbewerbs. Nicht viele haben sich so innig erinnert an die Mutter, wie Günter Grass das tut. Es sind zum Teil wirklich verzweifelte Texte. Es sind Texte, in denen sehr viel Kälte, Gewalt, Missbrauch vorkommt. Geh nicht aus unserem Garten raus. Geh nicht in den Nachbarsgarten. Du musst noch etwas warten, Klaus. Bleib hier. Du musst noch warten. Sie konnte sich nicht bewegen, musste in unnatürlich gekrümmter Haltung verharren, und hätte doch so gern ihre schmerzenden Glieder gestreckt. Eine verstehe nicht und das interessiert mich auch nicht. Ich zeige dir dein Ticket. Habe ich schon gesagt, mein Freund hat mein Ticket. Wo ist dein Freund? Na, wir waren an der Haltestelle. Dann sind wir rein, die Leute lehnen und so. Er muss drin sein. Er ist voll. Siehst du selbst. Ich habe noch keine Hausaufgaben gemacht. Auch mein Zimmer ist nicht aufgeräumt und die Katze nicht gefüttert. Aber ich liebe dich. 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 das Licht. Und dann noch ein paar. Danke, Martin. Okay. I just want to start. That's good. I love you. Yay! I love you. I love you.